So, also als kleine Zusammenfassung von der Folge, ich habe dann jetzt aufgehört, das Lagersystem weiterzumachen, beziehungsweise die Items einzulagern und bin dann ein bisschen weitergelaufen und ein paar Schneebälle zu holen, damit, also weil Benni braucht Eis für die Farm, das erklärt ihr dann in der Folge noch ein bisschen genauer und dann viel Spaß! Okay, hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Tesla.de, heute mal wieder zu einer Runde Evolution-Craft und mit dabei ist der GT-Freak und der Julián. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Und jo, wir sind immer noch... Ah, wir sind ja immer noch in der ein- und sorgten Aufnahmestasten, wenn man eventuell... Ich muss mein Mikrofon hier ein bisschen verstellen, das nervt, wenn das tief ist, so. Jo. Wir müssen uns dann... Ähm, wie du es gesagt hast, kannst du das Grundstück vergrößern von mir? Ähm, wir sind keine Projektleiter, sorry, dürfen wir. Achso, er war ja der... Da muss ich den fragen. Jo. So, was wollten wir, Ben? Ähm, wir wollten, äh, ich wollte jetzt Tesserts machen. Ach ja, stimmt, das wäre so richtig nah. Ah, und ich wollte nochmal nach der Turtle gucken, weil ich gucke, schauen, schauen, schauen... Läuft die, äh, die Lavapumpe läuft ja wieder, ne? Ja, die läuft wieder. Gut. Ich hab jetzt nicht geguckt, wie lang die noch läuft, aber die läuft wieder. Okay, die Turtle ist ordentlich weit gekommen, warum hat sie hier wieder gestochen? Ich meine, sagen, warum die Turtle hier Löcher drin hat. Keine Ahnung. Okay, das hat die Turtle hier gemacht. Okay, das hat die Turtle richtig gut gemacht. Ähm, so, ich muss jetzt noch mal Dettel ein bisschen schauen, dass wir das geregt bekommen. Richtig komme ich, aber okay. Ich mach das, äh, die Sugar Canes mach ich am besten alle mal bei Technik noch mit rein. Abgenickt von Taschnik. Sowieso. So, das kommt alles bei sonstiges. Marble kommt hierhin. Ich hab ehrlich gesagt nicht mehr so viel Bock hier alles zu sortieren. Deswegen höre ich da... Dio, dann... Dann was? Dann hör auf. Brauchst du ja nicht, also musst du ja nicht... Na, eigentlich doch schon, weil ich will auch die ganzen Sachen da nicht mehr so blöd rumliegen haben. Das nervt mich auch schon irgendwie so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, aber okay. Was will man tun? Ne. Das kommt da hin. Gibt auch nochmal da hin, das kann man nochmal stacken. Das kommt zu Technik, das kommt zu sonstiges. Technik, sonstiges, gut. Kakteen auch noch. Technik, Technik, Technik. Holz. Holz. Lapis, dies, das. Das werde ich... Vielleicht wird das irgendwann mal machen, denke ich mal. Erde kommt hierhin. Nervt das ein bisschen, dass der gerade die Chunks nicht lädt? Reconnect aber gerade kurz. End of Stream. End of Stream. Das ist normal, wenn du rausgehst, normalerweise. Also wenn du hier raus... Was heißt, kommen wir in die Kirchen? Ja, es war normal, das ist nicht. Okay, so. Ich habe hier erstmal die ganzen Pipes. Oh, jetzt lädt das auch. Endlich. So, machen wir das da rein. Machen wir... Boden soll er machen. Der soll, äh... 52 Blöcke vor. Und der soll, sagen wir... 20 nach... Ja, das sollte 20 sein. So, die beiden Kisten hier oben mache ich jetzt noch fertig. Habe ich keine Lust mehr, wenn ich ehrlich bin. So, wo hast du den Cobblestone hingemacht? Da, wo Cobblestone irgendwann steht. Ja, ich weiß. Ich bin ja nicht blöde, ey. Wirklich nicht? Ja, meine Mutti hat mich testen lassen, ey. Da hände Mutti hat dich testen lassen, ey. Ja, läuft bei dir. So, meine Mutti läuft das auch bei dir. Sehr, sehr, sehr geil hier, oder? Ja, weil ich gerade aufnehme. Ich nehme euch nicht eine neue Folge auf. Ich habe schon 10.000 voraus. Die kann ich notfalls auch löschen, aber nein. So, das kommt noch, der einmal kommt noch bei Sonstiges. Ich mute einfach die Soundsprache an der Stelle. Ganz gute Idee, ne? Leise machen. Man hört dann nichts mehr. Mensch. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Habe ich was gefasst? Ähm. Wir nehmen seit, keine Ahnung wie viel, auf. Wir nehmen seit 5 Minuten auf jetzt mittlerweile schon. Oh. Schon oder erst? Schon. Sie pumpt ein Jojo Meta raus. Guck mal in den Lechkant. Die Engines. Die arbeitet. Oh, ja, guck mal, was ich, was ich alles... Doch und rot hinbekomme. Unglaublich, ja. Aber nur bei Minecraft. Fies Wiesland. Ja. Ist rot, blau, grün kann ich auch machen. Ja, Mann. Und die Stoff... Das ist fast so gut wie Diamant. Dann schneide ich die Stelle einfach raus. Ey, wo ist die Turtle hin? Verarschen? Alter. Jetzt weiß ich auch, was bei der Minimap oben Hüllnodus ist. Jetzt zeigt ihr den Weg. Ich bring euch nochmal ein bisschen Erde mit, ne? Jo. Wobei, ich glaube, brauchen wir noch Erde, Benni? Rein theoretisch, ja, nicht. Also, ich weiß ja nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir mittlerweile genug haben. Was wir machen müssten oder könnten oder... Ja, so soll das auch... Äh, genau, nee, ähm... Wäre... Eis. Weil, wir können ja mit der Turtle auf das Zuckerrohr setzen. Das würde 200 Mal so schnell gehen, wie wenn wir das mit der Hand machen würden. Wie kann man denn... Was zur Hölle macht die Turtle da? Wie kann man denn Eis machen? Nur, nur, Schneeballe kommt... Äh, beim Kompressor, oder? Äh, nee, nee. Mit einem, ähm... Brauchst du Eisblöcke, oder? Ja, Eisblöcke. Also, bei mir steht hier nur Kompressor und Schneeball. Bekommt man dann Eisblöcke raus? Ja, da bekomm man dann Eisblöcke raus. Ja, dann macht das. Lohnt sich jetzt noch, äh, Fällen zu gehen, ja, ne? Ja, denk schon. Wie... Äh... Hab ich grad am überlegen. Ähm... Da müsste ich eigentlich zum... Ich weiß auf jeden Fall, wo wir Schnee haben. Wie viel brauchen wir denn davon, wenn... Brauchen wir ordentlich viel, oder... Brauchen wir ordentlich viel Schnee? Äh, ja, sehr, sehr viel. Wie viel denn insgesamt, damit man da mal Bescheid weiß? Oh, das kann ich nicht sagen. Viel, sehr viel. Wie viel genau kann ich dir wirklich beim besten Willen nicht sagen? 50 und 15... Gut, dann werde ich mich mal einfach auf den Weg machen. Ich weiß nämlich, dass... Ich weiß, dass meine Curl nämlich in einem Schneebiom sitzt, liegt. Warte mal, sind meine Canvas-Bags leer? Nein, sind die nicht. Gut, dass ich das noch, ähm, mitbekomme. Dass die gar nicht leer sind, die Dinge. Nein. Verdammt. Ich brauche Obsidian. Wo haben wir Obsidian? Ich brauche Holz. Ich muss jetzt verdammt viel hardnet Glas machen. Wo haben wir Obsidian? Sag mir nicht, dass du das auch runtergebracht hast. Nein, Obsidian habe ich nicht runtergebracht. Oh, dann haben wir echt wenig. Dann haben wir viel zu wenig. Wenn, wenn ich Obsidian runtergebracht hatte, das wüsste ich. Oh, dann haben wir viel zu wenig. Ich gebe mal bei Cube ein bisschen Obsidian runtergebracht. Ja, der hat mir erlaubt. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du meint, der hätte zu viel. Und ey, so ein Angebot muss man doch auch mal irgendwann wahrnehmen. Ja, selbstverständlich. Gut, ich mache mich dann jetzt erstmal noch für die letzten paar Minütchen, beziehungsweise für die halbe Folge noch auf. Dann hole ich mir da hinten einfach ein bisschen was ab, beziehungsweise kann man die Minimap, man kann sie vergrößern, aber man kann nicht zoomen. Also man kann nicht weggehen. Auf X kannst du die ganz groß machen. Ja, kann ich sie ganz groß machen, aber ich kann nicht gucken, wo jetzt in meinem gerenderten, also da, wo ich schon war, wo irgendwie Schnee beginnen muss oder so. Ich glaube, das ging mit X, kannst du so eine Map öffnen. Ja, das hat er doch gerade eben gesagt. Ups. Ups. Entschuldigung, ich höre dem nicht zu. Öl. Aus Prinzip nicht, ja. Nee, sorry. Ich bin jetzt gerade irgendwie nicht mitbekommen. Wie mega nett wir hier alle sind. Anders geht das gar nicht. So. Das ist, ah Mann. Hättest du mir das nicht früher sagen können, dann hätte ich an der Folge, wo ich bei der Quarry war. Ah, Mist. Ich habe nur zwei Birkensitzlinge. Scheißdreck. Das ist natürlich ungünstig. Ja, wenn man irgendwie um die 200 Blöcke Birkenholz brauche, ist es ungünstig. Hä? Eichensitzling, will ich gar nicht Eichensitzling. Schneller, schneller. So, jetzt brauche ich auch ganz viel Erde. Ah, ich bin dann im Schneebium. Sehr gut. Nee. Nee, wir nehmen erstmal Pflasterstaden für die Unterfläche. Davon habe ich auch, äh, das Überquill genug. Uh. Was, was brauchst, für was brauchst du das Eis jetzt eigentlich, genau? Also jetzt nur, damit ich so Eis nicht leere. Für die Farm. Ähm, für die, ähm, da hat die Zuckerrohrfarben. Und zwar, ähm, hat, hätte ich das nämlich so gemacht. Ähm, ursprünglich wollte ich einfach das Wasser durchlaufen lassen. Also von ganz oben nach ganz unten einfach, äh, eine Wasserquelle durchlaufen lassen. Das würde eigentlich genügen. Aber, ähm, dann wäre es eine extrem mühsame Arbeit, das ganze, ähm, Zuckerrohr zu setzen. Weil wir müssen das dann mit per Hand machen. Und, ähm, was wäre nicht gut. Nein, das wäre eine richtige Pflaster. Also wie viele Stacks bräuchtest du insgesamt ungefähr? Einige viele. Sehr viele. Nimm einfach so viel mit, wie du, wie dir möglich ist. Gut, mach ich. Weil wir brauchen wirklich massig. Gut, wenn das so ist, dann guck ich mal, dass ich jetzt die letzten vier Minuten noch einfach hier rumrenne und einfach Schneebälle sammle dann, die wir dann ja kompressieren, komprisieren, zusammenpressen können. So, so Eisblöcke. Ähm, das ist natürlich nicht der Vorteil im USB-Mikro, dass man jetzt nicht mitjucken kann. Kann man nichts noch ändern. Nö. Doch, ich könnte mal ein anderes Mikrofon benutzen. Was für uns hast du noch? Ein T-Bone SC300. Welches hast du jetzt quasi? Ein T-Bone SC440 USB. Okay. Das andere ist ein Normales. Aber ich habe keine Lust, mein Mischwild immer aufzubauen. Es nimmt so viel Platz weg. Ich wäre so happy, wenn ich so ein Mikro hätte. Ja, das wäre was Tolles. Man muss sich nur eben irgendwie leisten können und... Ich kann mir nicht mal einen anständigen PC leisten, also... Ich habe auch keinen PC, ich habe einen Laptop. Ich habe auch einen Laptop, aber meine, das ist scheiße. Vielleicht dann noch Kohle reinmachen. Jo. So, zwei Minuten haben wir übrigens noch. Ja. Okay, was ich jetzt machen werde, ist... Oh, so Tor ist gleich fertig. Ähm. Ey, der backt schon wieder hier. So. Ich habe dir irgendwo Glas hingemacht. Oder wo wolltest du Glas hinhaben dann? Ich mache das einfach hier in die leere Kiste mal rein. Oh, morgen wieder arbeiten. Scheiß Dreck. Was? Morgen wieder arbeiten. Wieso arbeiten? Was arbeitest du, was schön ist? Äh, nein, ich mache einen Ferienjob. Hm. Das ist doch toll. Ja. Aber das Untolle ist, in den letzten drei Wochen meines Feriens... Deines Feriens, okay. Das sind die letzten Ferien, die ich überhaupt haben werde. Für immer. Oh. Ab 1.8 gehe ich arbeiten. Als Dachdecker. Sehr cool. Wir haben noch gar keine Ferien, das ist das Problem. Ja, ich, äh, wir eigentlich auch nicht. Erst ab, äh, 30.6... Äh, 30. Doch, 31.6. Ne, 7. So. 31.7. Da haben wir eigentlich regulär erst Ferien. Ah, da... Weil Julian denkt sich einfach, nö. Nein, da die Abgänger kriegen drei Wochen früher Ferien. Ja, ist bei uns auch so. Ey, das ist so nervig und ich hätte gesagt, wir sind jetzt bei gleich 15 Minuten. Ja. Lass mich noch die Farm aufstellen. Gut, dann stell die Farm noch auf, sag Bescheid, wenn du die Farm aufgestellt hast. Genau, in der Zeit kann ich hier noch schön Erde fahren. Dann können wir die Folge gleich beenden. Einfach ganz knackig. Apropos. Da oben fliegt ein Chunkloader in der Luft rum. Läuft halt bei uns, ne. Äh, ja, da. Seitdem ich dieses Saphire hab, benutze ich irgendwie gar kein Eisen mehr. Weiß auch nicht wieso. Meinst du Eisenwerkzeuge, oder? Ja, ja, ja. Machen wir auch Saphire-Werkzeuge. Benutzen wir aber auch nicht. Was? Eisen? Ja, lohnt sich irgendwie nicht, weil du das für alles andere deutlich besser gebrauchen kannst. Ja, ehrlich. Die Saphire brauchst du für kaum was. Für sonst gar nichts als Werkzeuge. Ja, zum Zaubern halt. Die haben halt noch Elemente drauf, aber... Ja, gut. Aber das ist ja auch nicht irgendwie... Bin ich jetzt in die richtige Richtung? Nee. Ich renne in die falsche Richtung. Och, komm schon. Die letzten beiden rein und die Tafi wird einfach leer. Oh, Mann. Wie lange bräuchtest du denn noch? Ups. Hä, ich bin doch in der richtigen... Ey, so langsam? Nee, da ist mein Haus. Dann ist es doch die richtige Richtung. Benni, wie lange wird es dann noch? Müsste Cobblestone holen gehen. Ich will jetzt wirklich die Turtle noch aufstellen, damit die jetzt endlich fertig ist, weil das nervt mich echt gerade richtig. Halbe Stunde später. So, ich bin fertig. Das dauert jetzt noch. Nee, so lang geht es auch wieder nicht. Na dann. Ich hoffe es mal. Ich muss ja eh den... Bestimmt zwei Minuten von der Folge rausschneiden, wa? Beziehungsweise den Ton da muten. Warum mache ich jetzt heute? Jetzt will ich Ihnen einen Befehl hier eingeben. Ähm... ... und zwar 50 Blöcke lang und 2 Blöcke breit. Boah, verdammt. Reichen eigentlich, finde ich, 50 Blöcke reicht. Ich denke, ich mache hier auch einfach nur die Canvas-Bags voll, die 5 Stück und dann werde ich mich auch dann danach wieder verziehen. Ich werde jetzt meinen... Ich werde jetzt meinen... ... und dann wäre es das erste Mal gewesen von der Folge her. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht eine Bewertung da, aber nicht. Bitte konstruktive Kritik. Und dann jo, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und dann... Tschau, Leute. Tschüss. Juuu, tschau, Leute.